Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.150 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020